Es hat mit Liebe begonnen. Gut war es mit seinem Tod. Wo ist da die Liebe geblieben? Wer sein Selbstwertgefühl nur durch die Partnerschaft gewinnt, der ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. Mobbing steht im engeren Sinne somit für Psychoterror. Stoppt es hier nicht weiter, ich möchte keinen Kontakt mehr. Da werden dem Täter gewisse Auflagen gemacht. Wichtig ist es dann auch, die Opfer darauf hinzuweisen, dass gar kein Kontakt mehr stattfinden darf. Ich hatte permanent Angst. Permanent Angst, ja. Permanent Angst, also ich konnte nachts nicht schlafen. Mir war es wichtig, einen klaren Schnitt zu machen. Ich wollte den Mann nicht mehr sehen. An dem Tag, als er mich vor unserer Tochter dann geschlagen hatte. Also wenn man schon mal einen Schritt zum Anwalt geht, dann ist man eigentlich mit sich schon so weit im Reihen oder sagt, okay, jetzt möchte ich das wirklich mit der Scheidung. Das ist ein Problem, wenn das aufhören würde. Das selbst nicht mehr geschafft. Da war ein Punkt, da war ich sehr am Boden. Da hatte ich Gott sei Dank Freunde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist ein Problem, das ist ein Problem, das ist ein Problem. Vielen Dank.